Hallo liebe Leute, wir gehen alle gerade durch schwere Umstände durch und Umstände sind da, um überwunden zu werden. Ich zeige euch, wie ich meinen Tag so verbringe. Ich gehe den ganzen Tag rein und stehe vorne auf meinen Ergometer. Und dann ab und zu einfach Ausgleichstraining, um mich noch mehr auszupumpen. Braucht man dazu einfach ein Millipitchen. Ich kann da zum Beispiel Bizeps machen. Für alle, die kein Millipitchen daheim haben, nehmen einfach so einen Kettelball und machen dann vielleicht auch so Bizepsübungen oder Schulterkräftigungsübungen. Für alle, die kein Karate daheim haben, nehmen halt eine Thera-Band oder schneiden einen Keilriemen oder einen Ladelschlauch her. Da kann man auch Schulter-Außenrotator-Übungen machen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass man sich irgendwie auch ablängt und was. Und deswegen gibt es eben so altbekannte Spiele wie Mensch ergerlich nicht, was man spielen kann. Oder man macht so Doku oder Goldfahrtsleser-Übungen. Weiters, man liest, man kann ein Buch lesen oder ein richtig gutes Buch. Und da sind wir dabei, es geht im Endeffekt, wir haben schwierige Zeiten und Umstände können überwunden. Und wir öffnen einfach den Mut und die Hoffnung nicht aufgeben und nach vorne schauen, auch wenn die Umstände schwierig sind. Und zusammenhalten und nicht aufgeben. Ich wünsche euch alles Gute. Gute Gute! Untertitelung des ZDF, 2020